Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, umgangssprachlich auch Bundesverdienstkreuz genannt, ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung der Bundesrepublik Deutschland. Er wird für besondere Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet verliehen. Alle deutschen Länder außer Bremen und Hamburg haben auch eigene Verdienstorden. Geschichte Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wurde am 7. September 1951 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heus per Erlass gestiftet. In dem Erlass über die Stiftung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, den er mit Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem Bundesinnenminister Robert Lehr unterzeichnete, heißt es, der Verdienstorden wird nach internationaler Norm in drei Klassen und in acht Stufen verliehen. Die höchste Stufe, die Sonderstufe des Großkreuzes, ist Staatsoberhäuptern und ihren Familienangehörigen sowie mit Amtsantritt dem deutschen Bundespräsidenten vorbehalten. Im Jahr 1951 war zunächst folgende Ordnung geplant. Verdienstkreuz am Bande Verdienstkreuz als Steckkreuz Großes Verdienstkreuz Großes Verdienstkreuz mit Stern Großkreuz mit Stern und Schulterbind Großkreuz in besonderer Ausführung, dessen Verleihung sich Heus vorbehielt. Das erste Verdienstkreuz erhielt der Bergmann Franz Brandl aus Nendershausen am 19. September 1951 von Theodor Heuss. Im Jahr 1952 kam es zu einigen Neuerungen. Es wurde eine besondere Ausführung des Verdienstkreuzes für Arbeiter und Angestellte, die 50 Jahre lang für denselben Dienstherrn gearbeitet hatten, eingeführt. Diese Ausführung wurde jedoch bereits 1966 wieder eingestellt. Zudem wurde das große Bundesverdienstkreuz mit Stern in zwei Stufen aufgeteilt. Schließlich kam 1955 als unterste Stufe die Verdienstmedaille hinzu und als oberste Stufe die Sonderstufe des Großkreuzes, die jedoch schon 1953 verliehen worden war. Verleihungszahlen Da der Anteil an Frauen unter den Anfang der 1980er Jahre rund 6.000 jährlich verliehenen Verdienstorden, darunter seiner Zeit rund 1.000 Ausländern, in der Amtszeit von Bundespräsident Karl Carstens mit rund 14 Prozent deutlich unter dem Bevölkerungsanteil lag, veranlasste ihn dies im Jahr 1983, in die Neufassung der Ausführungsbestimmungen zum Statut des Verdienstordens hineinzuschreiben, das Verdiensten bei Tätigkeiten. Die nach der Lebenserfahrung vor allem von Frauen ausgeübt werden, besondere Beachtung zu schenken ist. Im Oktober 2006 führte der damalige Bundespräsident Horst Köhler zusätzlich eine Quotenregelung für Frauen von mindestens 30 Prozent ein. Diese Quote wurde 2007 mit 30,3 Prozent erstmals erreicht und in den folgenden Jahren noch überschritten. Die Vorschlagslisten der Ministerpräsidenten der Bundesländer, über die die Ordensanträge vorwiegend beim Bundespräsidialamt eingereicht werden, werden nur noch angenommen, wenn von zehn Personen, die mit dem Verdienstorden ausgezeichnet werden sollen, mindestens drei Frauen sind. Wenn den Ländern nicht genügend Frauen vorgeschlagen werden, um diese Quote zu erfüllen, führte dies beispielsweise in Sachsen-Anhalt dazu, dass Männer dem Bundespräsidialamt nicht zeitnah zur Ehrung vorgeschlagen, sondern auf eine wachsende Warteliste gesetzt wurden und erst nach längerer Wartezeit ihre Auszeichnung erhalten können. Seit 1991 sind die Verleihungszahlen stark rückläufig. Von über 5.000 Verleihungen 1991 über jeweils knapp 2.500 in den Jahren 2007 und 2008 bis auf rund 1750 im Jahr 2011. Ende 2010 wurde bekannt, dass seit Mitte der 1990er Jahre eine nicht öffentlich gemachte Abmachung zwischen den Bundestagsfraktionen besteht. Nach der Pro-Legislaturperiode 30 Orden unabhängig von tatsächlichen Verdiensten für Abgeordnete des Bundestages entsprechend den Fraktionsstärken reserviert sind. Der Verfassungsrechtler Herbert von Arnim bezeichnete dies als absolute Anmaßung und ganz neue Form der Selbstbedienung. Aufteilung ab den 2000er Jahren Punkt, 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 Verleihung Jedes Jahr werden auf Vorschlag mehrere tausend Menschen ausgezeichnet. Insgesamt wurde die Auszeichnung bis Anfang 2014 ungefähr 248.400 Mal verliehen. Im Jahr 2007 wurden 2417 Personen ausgezeichnet. Bei einer Erstverleihung wird in der Regel höchstens die zweite Stufe und Personen, die jünger als 40 Jahre sind, höchstens die erste Stufe verliehen. Nur in Ausnahmefällen wird eine höhere Stufe gewählt. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland kann nach den ordensrechtlichen Bestimmungen nicht posthum verliehen werden. Trotzdem erhielten beispielsweise Jürgen Schumann oder Dominik Brunner die Auszeichnungen posthum. In diesen Fällen sind die Umstände des Todes meist der Grund für die Verleihung. Die vom Bundespräsidenten verliehene Auszeichnung wird gewöhnlich durch den Ministerpräsidenten, einen Minister des Bundes oder des Landes, der Regierungspräsidenten, den Landrat, den Oberbürgermeister oder den Bürgermeister überreicht. Auslandsdeutsche und Ausländer erhalten ihn oft durch den zuständigen deutschen Botschafter. In einigen Fällen nimmt der Bundespräsident die Aushändigung selbst vor, meist bei höheren Stufen. Bei einigen Beamten erfolgte inzwischen eine automatische Verleihung bestimmter Ordensstufen, sobald diese aus ihrem Amt ausscheiden. Das war so bei der Verleihung des großen Verdienstkreuzes an den jeweiligen Generalinspekteur der Bundeswehr oder bei der Verleihung des großen Verdienstkreuzes mit Stern und Schulterbänd nach dem Ende der Amtszeit als Richter des Bundesverfassungsgerichts. Diplomaten, die nach längerem Aufenthalt ihr Gastland verlassen, erhalten entsprechend internationaler Gepflogenheit das Bundesverdienstkreuz. So werden Botschafter und manche Militärattaches ohne das sonst bei Ordensverleihungen übliche Prüfungsverfahren ausgezeichnet. Auch der argentinische Oberst Juan Jose Masi, Militärattaché an der argentinischen Botschaft in Bonn von 1977 bis 1980, dem schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, erhielt auf diese Weise im März 1981 die Kasekundengroße Bundesverdienstkreuz. Das Prozedere der öffentlichen Verleihung ist meist festlich gehalten. Die höchsten Auszeichnungsstufen nimmt der amtierende Bundespräsident persönlich vor. Jede geehrte Person wird mit einigen Angaben über ihr Leben und Wirken vorgestellt. Jeder kann die Auszeichnung eines anderen anregen. Dazu wendet er sich an die Staatskanzlei des Landes, in dem der Vorgeschlagene seinen Wohnsitz hat. Lebt die Person im Ausland oder ist sie Ausländer, so ist das Auswärtige Amt für den Vorschlag zuständig. Die Auszeichnung eines Mitarbeiters einer Bundesbehörde kann beim zuständigen Bundesminister angeregt werden. Die jeweilige Protokollabteilung hat die Aufgabe, die Angaben zu prüfen, bevor sie an die Ordenskanzlei im Bundespräsidialand weitergeleitet werden. In der Praxis machen vor allem Behörden, Institutionen, Wirtschafts- und Sportverbände Vorschläge. Anregungen aus der Bevölkerung sind dagegen selten. In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, wurden im Schnitt der letzten zehn Jahre jährlich knapp 850 Verleihungen angeregt. Von diesen nur 0,005 Prozent der Bevölkerung wurden jedoch deutlich mehr als die Hälfte tatsächlich ausgezeichnet. Die Ablehnungsquote lag in NRW im Durchschnitt bei gerade einmal 42,1 Prozent, maximal 49,7 Prozent. Den wenigen zugänglichen Daten aus anderen Bundesländern nach sind die Quoten dort ähnlich. Neben dem Vorschlagsrecht auf Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gibt es auch die Anregung auf Aberkennung eines bereits verliehenen Bundesverdienstkreuzes. Trotz des vorherigen Prüfverfahrens erhielten auch Personen die Auszeichnung, denen sie später wieder aberkannt wurde. Beispielsweise wurde 1964 Heinrich Bütefisch von Mitgliedern des Bundesverbands der Deutschen Industrie für den Orden vorgeschlagen. Das Düsseldorfer Ordenreferat fand beim Verfassungsgericht und beim Justizministerium offenbar nichts gegen ihn vorliegendes. Bütefisch erhielt den Orden 16 Tage später wurde er ihm aberkannt. Ein Bürger hatte darauf hingewiesen, dass Bütefisch 1948 im I.G. Farbenprozess wegen Ausbeutung der Arbeit von KZ-Insassen zu sechs Jahren Haft verurteilt worden war. Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller forderte die Postum-Aberkennung der Orden für Tito und Susseskü. Form, Material und Herstellung Ab der Stufe am Bande gibt es die Ordensinsignien in einer jeweils unterschiedlichen Version für Herren und Damen. Die Damenversionen zeichnen sich durch etwas kleinere Kreuze und Medaillons aus sowie durch ein schmaleres Bent, das immer als Damenschleife ausgeführt wird. Wegen der großen Stückzahlen einerseits und des Kostenbewusstseins andererseits werden die Orden heute nur noch maschinell aus einer Kupferlegierung geprägt und mit einer Goldbeschichtung versehen. Farbige Teile bestehen aus Kunsthemalie. Hersteller der offiziellen Orden der Bundesrepublik Deutschland ist die Firma Steinhauer & Lück in Lüdenscheid. Bisherige Träger Hanseatische Ablehnung Als einziges Land stimmte die freie Hansestadt Bremen gegen die Stiftung des Bundesverdienstordens. Bremen und Hamburg sind auch die einzigen Länder, die keinen eigenen Verdienstorden gestiftet haben. Orden zu verleihen oder zu tragen, ist nicht bremischer Brauch. Der Senat der freien Hansestadt Bremen stellte 1893 einmal fest. Von alter Schär ist es gebraucht, dass Dekorationen von Senatsmitgliedern niemals angenommen werden. Und so empfiehlt es sich auch abgesehen von anderen Gründen schon um das Willen Hiran festzuhalten. Auch weil der Bremer Senat nicht in der Lage ist, derartige Höflichkeiten zu erwidern. Bürgermeister Theodor Spitter hat diesen Brauch 1952 gegenüber Bundespräsident Theodor Heuss nochmals bekräftigt. Es wurden und werden aber Ehrenmedaillen wie die bremische Ehrenmedaille oder die Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft der freien Hansestadt Bremen verliehen. Ausnahme Das Hanseatenkreuz war eine im Ersten Weltkrieg verliehene Auszeichnung und wurde 1915 gemeinsam von den drei Hansestädten Hamburg, Bremen und Lübeck für Verdienste im Krieg gestiftet. Nach einem auf das 13. Jahrhundert zurückgehenden und in einem Senatsbeschluss von 1963 bekräftigten Prinzip lehnen manche Hamburger Auszeichnungen fremder Herren ab. Die ehemalige Senatorin Emilie Kieb-Altenloh war für das große Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen worden. Daraufhin kam es zu einer kleinen Anfrage der SPD in der hamburgischen Bürgerschaft im Mai 1963. Bürgermeister Paul Nefemann erklärte, dass der Senat weiterhin an seiner traditionellen Devise festhält. Kein Orden für Senatoren Zu Vorschlägen von anderer Seite werde sich der Senat gegenüber der verleihenden Stelle dahin äußern, dass von der Verleihung abgesehen werden möge. Die freie und Hansestadt Hamburg allerdings ehrte Emilie Kieb-Altenloh 1963 mit der Bürgermeisterstoltenmedaille. Bekannte Ablehner der Auszeichnung waren Helmut Schmidt, Hans-Olaf Henkel, Inge Meisel, Jan-Philipp Rehm-Zmar, Günter Grass, Heidi Kabel, Siegfried Lenz und Hans-Ulrich Klose. Bekannte Ablehner der Auszeichnung waren Helmut Schmidt, Hans-Ulrich Klose, Siegfried Lenz und Hans-Ulrich Klose, Siegfried Lenz und Hans-Ulrich Klose, Siegfried Lenz und Hans-Ulrich Klose.